Hallo, herzlich willkommen bei eSport-Torten. Mein Name ist Sani. Heute ist es endlich soweit. Ich darf mein erstes Gewinnspiel mit euch machen und das mit freundlicher Unterstützung der Firma Ganna. Euch ist vielleicht schon aufgefallen oder zumindest denjenigen, die meine Videos jetzt schon öfters mal angeschaut haben, dass ich heute eine andere Brille trage. Und zwar ist das ein Modell aus der neuen Kollektion von Ganna. Das Modell heißt Cypher und ich habe mich total in dieses Design verliebt. Ich habe schon vorab die neue Kollektion in der Area 52 in Floretsdorf mal testen dürfen. Also ich habe alle aufsetzen können und mal das Tragegefühl sozusagen erleben und mir die Designs anschauen und ich habe mich schlichtweg in dieses Modell verliebt. Das Modell heißt übrigens Cypher und es gibt sie in zwei Farbstellungen. Und ihr könnt jetzt auch Mitglied der großen Ganna-Familie werden. Und zwar verlose ich heute einen Gutscheincode im Wert von 79,90 Euro, mit dem ihr euch dann auf der Ganna-Homepage www.ganna.at eine dieser Brillen bestellen könnt. Und dazu müsst ihr mir nur eine ganz einfache Frage beantworten. Abonnieren wäre natürlich auch nicht schlecht. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Die Frage lautet, wie heißt die Farbvariante meines Modells? Ihr seht sie hier. Das Modell heißt Cypher. Zwei Farbvariationen gibt es. Die eine ist Onyx-Schwarz und die andere ist eben das Modell, das ich trage. Geht auf die Ganna-Homepage www.ganna.at und wenn ihr euch dann dort in den Online-Shop begebt, springt sie euch schon entgegen. Die Antwort ist ganz ganz einfach. Bitte postet mir die richtige Antwort dann unter dem Video und unter allen Kommentaren werde ich dann einen per Zufallsprinzip auslosen. Das Gewinnspiel endet am Samstag, den 2. Juli. Da werde ich die Auslosung machen. Das heißt, am spätestens am 3. erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Ich werde den Gewinner dann eben meinem Video bekannt geben und der bekommt dann von mir den Code zugeschickt. Ich wünsche allen, die teilnehmen wollen, viel, viel Glück und Erfolg. Und wer eben schon mal vorab sich die neue Kollektion anschauen will, der sollte einfach in der Area 52 in Florensdorf vorbeischauen. Dort ist die neue Kollektion. Dort könnt ihr sie schon mal testen und euch entscheiden, welche ihr denn haben wollen würdet, wenn ihr den Code gewinnt. Also, ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.